Für mich ist die Inklusion eine ganz große Chance, in unserer Gesellschaft anders miteinander umzugehen, positiver miteinander umzugehen. Ich finde es absolut notwendig und richtig, dass wir inklusiven Unterricht machen. Alle hier so zu nehmen, wie sie sind. Eine Schule für alle zu werden, ist die Aufgabe seit Einführung der inklusiven Schule. Inklusion gehört jetzt zum Schulalltag und stellt Schulen vor eine große Herausforderung. Ich glaube, dass der Aspekt der Anerkennung unheimlich wichtig ist. Hier hat jeder irgendwie seine Schwierigkeiten und seine Stärken und dann guckt man halt individuell. Individuell rangehen an das Kind ist die Lösung. Jedes Kind ist anders, wir sind anders, wir sind alle anders. Das zeigt sich, indem wir den Respekt leben. Also jeder gehört mit allem, was er hat, einfach dazu. Und das ist so selbstverständlich und das finde ich toll. Jeder Schüler, jeder Mensch, Stärke in unterschiedlichen Bereichen hat. Ich glaube, dass für stärkere Schüler die Arbeit mit schwächeren Schülern eine super Gelegenheit ist, Wissen umzuwälzen und weiter zu vermitteln. Der Beruf hier ist einfach ein ganz anderer, weil es hier darum geht, wie kann ich im Team, wie kann man zusammen unterrichten, was bringt das überhaupt, wenn zwei Lehrer in einem Klassenraum sind, was kann ich, was kannst du, wie können wir voneinander profitieren. Das ist so dieser inklusive Gedanke, der braucht wirklich auch viel Mut, dass man immer mal wieder neu überlegt. Selbst wenn man nur kleine Dinge davon verwirklicht, dann sind es immerhin schon Schritte in die richtige Richtung. Teilhabe für alle muss ermöglicht sein. Der Schlüssel dazu ist halt Kommunikation und viel miteinander reden. Und ich glaube, das hängt davon ab, was man für Menschen will. Also für mich war das als Lehrerin überhaupt kein Problem, mir vorzustellen, dass Inklusion ein ganz großer Erfolg werden kann. Ich habe ihn mir gewünscht, diesen Schritt. Ich habe ihn mir gewünscht, den Schritt für ihn mit unserer trapped stomach. Ich werde mir zu einem приготов along. Und ich hoffe, dass sie lottery hourgutfreundet ist, summehr zu bereikt.